Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Zguides. Ich bin gerade ins DLC reingekommen. Wollte eigentlich nur die Korte holen. Habe mir das schon extra markiert. Gehe in die Richtung und da werde ich schon vom ersten Gegner angegriffen. Der ist für einen normalen Gegner relativ stark. Hat mir aber direkt eine neue Waffe und eine neue Rüstung gedroppt und das würde ich euch nicht vorenthalten. Viel Spaß. Was ist denn hier? Kleidung des Asketen Von den ersten Drops bekommen Neue Waffe. Hieß es nicht, es gibt eine neue Anzeige, was man neu bekommen hat? Rückhandklinge Die Schmiedeschrift Zirk Der Fluchklinge War für der maskierten Fluchklinge Runde Rückhandklinge mit wellenartigen Kanten, die zuvor Ursachen und Blutungen geschärft wurden. Vor langer Zeit wurde dies von Asketen umgesetzt, die als zentrale Ritualobjekte ihre Selbstgeiselungstänze zu Gottheiten werden sollten. Talenttödlicher Tanz Mit den kreiswirkenden Klingen in jeder Hand reißt dieses Talent den Gegner mit einer aggressiven Drehung in Stücke. Durch weitere Eingabe könnt ihr mit einem scharfen Axt Tritt nachsetzen. Schauen wir uns das mal an. Ah Mist. Ist das schon auf? Jawohl. Ob das was für mich ist, weiß ich nicht. Ist eine Blutungswaffe Hat schon jetzt ein C auf Geschick. Also das könnte was werden. Rein skalierungstechnisch. Danke fürs Zusehen. Tschüss. Vielen Dank fürs Zusehen. Lasst ein Abo da, um keine weiteren Guides zu verpassen. Euer Z-Guides. Haut rein. Ciao. 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 ?! ? 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 Vielen Dank.